Hallo YouTube! Willkommen zu meinem Kommentarjufo! Ja, heute möchte ich kurz ein kleines Infovideo machen bezüglich meines 101 Cups. Da ich schon ein paar Fragen zu den Regeln bekommen habe, habe ich mir gedacht, mache ich einfach ein schnelles Video dazu. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, welche Regeln ihr wie einzustellen habt und was ihr beachten müsst. Und ich habe das Ganze jetzt schon mal vorbereitet hier. Moment. Klapper 101 Cup. Gut. Die Map ist natürlich Nuketown, habe ich vorhin reingesagt, dass das Only Nuketown gespielt wird. Gut, dann geht ihr auf Game Mode, das ist natürlich Team Deathmatch. Dann geht ihr auf Edit Game Rules und wenn das euch ein wenig zu schnell ist, pausiert das Video einfach untereinander kurz, damit ihr alles nachmachen könnt. Beziehungsweise kopieren könnt, da wo ich alles habe. Wie ihr sehen könnt, müsst ihr nur dort was ändern, wo ein Stern bei mir ist, bedeutet Score Limit auf 25 setzen. Dann gehen wir in die Team Deathmatch Settings. Da seht ihr, Points Per Dead müsst ihr auf 1 wechseln, den Rest könnt ihr nur lassen. Dann gehen wir auf General Settings. Da Score Streaks müsst ihr auf Not Allowed machen. Team Change In Game Not Allowed. Dynamic Map Elements auf No. Third Person Spectating Not Allowed. Und der Battle Shatter ist Off. Explosive Delay ist auf 5 Sekunden und Score Streaks Delay ist auf Aus. Aber Score Streaks sind ja sowieso aus, von daher egal. Wie gesagt, das genauso kopieren. Dann gehen wir weiter zu Custom. Also das war es eigentlich schon so von den Settings, die ihr ändern müsst. Jetzt kommen wir noch dazu, die ganzen Waffen zu bannen, beziehungsweise die ganzen Perks. Und ja, was halt nicht rein soll. Da ist es schon eine Menge mehr. Da würde ich euch bitten, das genauso zu machen, damit nicht im Nachhinein irgendwelche Disputes kommen, von wegen, ja der hat aber einen LMG benutzt und der hat C4 benutzt und was weiß ich. Deswegen die Beschränkungen hier genauso einstellen wie bei mir. Dazu fangen wir jetzt mal an. Mit den Sub-Machine Guns, da die Peacekeeper bannen. Den Rest könnt ihr erlaubt lassen, beziehungsweise könnt ihr benutzen. Assault Rifles sind alle erlaubt. Bei den Shotguns alle bannen, überall ein X machen. Bei den Light Machine Guns bitte auch alle bannen. Bei den Sniper Rifles auch alle bannen. Und bei den Specials das Shield bitte auch bannen. Dann gehen wir weiter zu den Secondary Waffen. Pistolen, die B-23, der Executioner und die Cup bitte bannen. Die Tuck und die 5-7 reichen als Pistole, weil ich finde die unteren 3 sind einfach zu stark im 101 und das muss nicht sein. Es rennt nur noch mit der Cup rum oder sonst was. Dann sind wir auch schon bei den Aufsätzen. Da den Grenade Launcher, Dual Band Scope, Ironsight, Millimeter Scanner, Target Finder, Rapid Fire, Select Fire und Tribolt. Das bitte alles bannen. Weiter Perk 1, Flag Jacket bitte bannen. Perk 3, Awareness. Bei den Nates die Bouncing Betty, C4 und Claymore bitte bannen. Und hier die Stun, die Sensorgranate, die Shock Charge, Blackheart, Trophy System und Tactical Insurgent, bitte bannen. Und zu guter Letzt Wild Cards, Danger Close und Overkill. Ja, wie gesagt, pausiert das Video, wenn euch das teilweise ein wenig zu schnell war. Ich bitte euch, diese Rules 1 zu 1 zu kopieren vor eurem Match. Macht das am besten jetzt noch vor Sonntag, weil an Sonntag geht der Cup nämlich schon los. Und bis dahin solltet ihr eure Regeln bei Möglichkeit alle schon fertig haben. Deswegen mache ich das wieder jetzt hier, dass ihr die Regeln so gut es könnt hier kopieren. Ähm, speichert die in euer File-Share, damit ihr die habt für euch. Und ähm, ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns, Freunde. Am Sonntag geht's los. Ich bin gespannt drauf, wie es wird. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab Bock. Bis dann. Cable the Boss is out. Cheers.